Hallo und herzlich Willkommen zum Inspirationsvideo 50 vom Kommunikationstangu. Ich bin Dr. Anja Schäfer von anja-schäfer.eu und ich freue mich riesig, dass du heute wieder mit dabei bist. 50 habe ich geschafft und das in einem knappen Jahr. Es sind noch ungefähr sechs Wochen, da wird der Kommunikationstangu ein Jahr alt. Da gibt es natürlich noch einen ganz besonderen Grund zu feiern, aber auch 50 ist für mich ein Grund zu feiern. Und ich spreche in der heutigen Folge mit Angelika Gulder, mit der Karrierenavigator-Expertin, darüber, wie du den Job findest, der dich glücklich macht. Und ich sage dir, das war für mich auch eine ganz besondere Herausforderung. Und ich habe mich auch einige Jahre meines Lebens damit beschäftigt, welcher Job würde mich glücklich machen. Und ich hätte mir nie träumen lassen, dass es den gibt zum einen und zum anderen, dass Inspirationsvideos zu machen dazugehört. Ich teile daher mit dir heute meinen ultimativen Tipp, wie du das für dich herausfinden kannst. Nämlich, der geht in zwei Richtungen. Zum einen, indem du auf deinen Körper hörst. Also für mich ist mein Körper mittlerweile ein sehr, sehr guter Navigator, ob mir Dinge gut tun oder nicht gut tun. Sei es mit, manche haben Kopfschmerzen, ich merke es eher im Bauch beispielsweise. Von daher schau einfach bei allem, was du tust, macht dich das gut, fühlst du dich gut, geht es deinem Körper gut oder drückt oder zwickt es an der einen oder anderen Stelle. Das ist der eine Punkt und der andere Punkt ist einer, der mir in Fleisch und Blut übergegangen ist, nämlich ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren. Da bin ich also auch noch nicht am Ende der Tonleiter angekommen, wie es so schön heißt. Wenn du also für dich über deinen Körper herausfindest, was dir nicht gut tut, dann gehe einfach los und probiere Dinge aus und teste, ob sie dir gut tun. Also wie fühlst du dich dabei? Fühlst du dich fit? Fühlst du dich müde? Fühlst du dich inspiriert oder angestrengt? Einfach ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren. Und ich wünsche dir, dass du lernst, auf deinen Körper zu hören, dass du ins Ausprobieren gehst, dass du sozusagen deinen Kopf weit machst, die Schranken loslässt und einfach Dinge ausprobierst, von denen du nie geträumt hättest, dass du sie mal tun wirst. Wie eben Inspirationsvideos zu machen. Und wenn du dazu meine Unterstützung brauchst, dann komme sehr, sehr gern auf mich zu. Komm in ein Strategiegespräch und ich unterstütze dich sehr gern dabei. Und wir schauen da, was ich für dich tun kann. Und ansonsten bleibe mir und dem Kommunikationstango auch die nächsten 50 Folgen treu. Das wäre großartig und für heute ciao, ciao aus Berlin.